Wege weitere Aufgaben fest. Ach nö. Schon wieder einer. Ähm. Äh nein. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder komplett weg. Ich wollte da gar nicht hinspringen. Ach, behandeln. Jetzt werden sie auf einmal alle krank hier. Und dann den hier noch behandeln, bitte. Meine Fresse, was hier alles los ist? Ich glaub's langsam nicht mehr. Und ich hab doch irgendwo einen ausgebrütet. War das hier? Was brüten sie? Ein Hammond, Entwicklungslabor, erfolgreich einen. Einen? Dinosaurier aus. Ach, das hat hier nicht geklappt, sehe ich gerade. Gut, dann machen wir hier einen neuen Anki. Halt, Moment. Erst mal gucken, wir hier rein sind da. Ne, sind gar nicht die Erfolgsraten drin, okay. Erfolgsrate, nochmal Erfolgsrate. Und meinetwegen nochmal Erfolgsrate. Dass das gar nicht erst wieder vorkommt. Und dann hauen wir jetzt hier noch den Ankylo rein. Das wird die Aufgabe dann auch noch erledigen. Und dann werden wir in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall noch ähm die Insel wechseln, denke ich. Und eine neue Herausforderung suchen. Nochmal Kurito. Kurito. Verkaufen. Verkauf! So. Äh, achso. Ich muss ja nochmal neu erforschen lassen. Richtig. So, und nochmal da. Jetzt ist der Kurito bei 87 immer noch. Ich hoffe, dass das bald voll wird da. Wir haben es jetzt so ziemlich jetzt langsam wieder alles unter Kontrolle. Ich guck mal mal. Ne, hab ich nicht. Da ist noch einer krank. Ähm. Ranger. Der hat nichts zu tun. Der müsste hier in der Nähe sein. Den hier bitte behandeln. Und wenn du schon da bist, füllst du das auch noch auf, so. Ist da jetzt einer unterwegs oder nicht? Kein Problem. Dann fährst du hinterher noch da hin. So. Ja, Leute. Das war leider, leider scheiße hier mit dem großen Auftrag. Ich find's auch echt schade, dass das nicht geklappt hat. Muss ich sagen. Haben wir jetzt hier eigentlich einen drin oder zwei? Ich weiß es nicht. Wir brauchen mehr Wald. Ja gut. Da kann ich gerade noch so mit dienen. So. Hast du mehr Wald? Okay. Willst du ein Hotel haben? Oder ich kann hier noch mehr Personal reinhauen. Nee, kann ich bei dem gar nicht. Okay. Ja, ich kann natürlich hier nochmal eben Hotel hinbauen. Klar. Irgendwo hier hinten. Meinetwegen da. Gäste. Hotel. Ja. Ah, ich glaub ich muss den Weg erst abreißen. Und dann bauen wir da halt ein Hotel hin, ne? Hier ist tatsächlich mal entspannte Musik. Also ich bin jetzt echt sowas von im Stress gewesen gerade. Und das verstehe ich aber, hab vielleicht, weil ich Aufträge teilweise doppelt vergeben hab, dass sie deswegen durcheinander waren oder so. Ich weiß echt nicht, womit das jetzt zusammenhängt. Jedenfalls war das echt nervig. So. Dann machen wir das noch weg, das Stück da. Und pass mal auf, dann machen wir das anders. Wir haben's jetzt ja halbwegs wieder unter Kontrolle. Ähm, ich komm ja nicht raus so. Ähm, geh mal hier drauf. Jetzt entfernen wir mal den ganzen Wasserkram, den wir hier angestellt haben. So, und dann hauen wir das Entwicklungslabor da wieder hin. Ähm, so. Ich wusste, dass sie das schaffen. Diese neuen Dinosaurier-Jungen sind für unsere Forschung extrem wertvoll. Und das verdanken wir ihnen. Aha. Wenn sie das sagt. Wenn sie das sagt. Pass mal auf, wir machen das anders. Ähm. Jetzt fehlt nur noch das Korytosaurus-Genom. So. Dann haben wir diesen ganzen Kauderwelsch hier auch mal weg. So. Vielleicht kriegen wir da das Entwicklungslabor noch irgendwie hingeklatscht jetzt. Wenn nicht, nicht. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich hab das Gefühl, der wird für uns beide. Nein, mach ich jetzt nicht. Ich will keinen Auftrag mehr annehmen. So. Das hat doch eben fast gepasst, oder? Ja, ich hab schon verstanden. Ich mein, das will ich jetzt noch immer hinkriegen. Ich will die Insel ehrlich gesagt nicht verlassen. Äh, mit so einem, äh, halb angefangenen Mist hier. Das ist auch doof. Ist ja Dino im Weg, oder was? Ich kümmere mich gleich, wenn wir eure Neuerwohl befinden. Sagen wir mal so. So, dann noch das Entwicklungslabor. Das muss hier irgendwie wieder hin. Ist egal, wie jetzt. Meinetwegen so da. Das geht. Okay. So, dann hauen wir das da wieder hin. Zack. Meinetwegen machen wir auch einen Bogen. So. Wir haben da auch wieder ein Tor drin. Wie zufrieden seid ihr jetzt? Wer wallt? Kein Problem. Kriegt er noch ein paar Bäume. So. Da. So. Und habt ihr jetzt eigentlich was zu fressen hier drin? Hat er auch. Bist du jetzt eigentlich alleine hier drin? Ist ja auch schade. Dann kriegst du gleich noch einen Kollegen. So, wo hab ich jetzt noch einen? Da hab ich noch einen Dino gebaut. Den lassen wir jetzt frei. Okay. Und das Gen. Das Gen ist noch nicht fertig. Hab ich das noch gar nicht erforscht? Äh, falsch. Kurito. Nochmal Kurito. Wir sind bei 91. Sehr schön. Dann kommen noch die dazu. Edmonto. Und nochmal Edmonto. Schade. Aber wir haben bald die 100% voll. Und dann ist das auch erledigt. Jetzt haben wir ja auch langsam wieder alles unter Kontrolle. Alter Schwede. Das war eine anstrengende Geburt hier. Aber ganz ehrlich. So. Da hauen wir jetzt auch noch hier die Erfolgsrate rein. So. Und dann hauen wir dann noch einen Dino hin. Noch zwei Diplodokusse meinetwegen. Ne? Dann sind die nicht ganz so allein hier. Eins. Zwei. Dann verzichten wir jetzt auf die Raptoren. Dann haben wir wenigstens jetzt hier noch einen vernünftigen Park. Also ich hab den Park ja noch einigermaßen... Äh, Part. Den Park ja noch einigermaßen wieder gerettet. Es ist jetzt anscheinend auch alles zufrieden. Was ist das dann noch? Ist das ein grünes Symbol? Achso. Achso. Das Blatt ist die Futterstation. Es ist tatsächlich gerade alles in Ordnung, ne? Ich bin... Boah. Ach, da ist immer noch der eine... Betäubte Dino. Edmontosaurus ist jetzt vollständig auch nicht schlecht. Pass mal auf. Ich muss jetzt mal eben hier den Baum wegmachen. So. Dann kann man den jetzt endlich mal abtransportieren. Der steht da ja auch immer nur im Weg rum. Wieso? Der liegt im Weg rum. Das ist ein Diplodokuss, ne? Ach, hab ich schon. Ja, komm, hau'n da mit rein. So. Und dann machen wir das so, dass wir hier im Gehege... ...noch einen zweiten Futterspender reinhauen. Alles wieder unter Kontrolle? Sehr schön. Hab ich euch eigentlich freigelassen. Hier seid ihr... Ihr seid jetzt zu fünft hier und immer noch zufrieden? Ich hoffe. Ja. Oh, Leute. Ja, es war wirklich sehr, sehr aufreibend, ne? Und es tut mir echt leid, dass wir jetzt da bestimmt sechs Parts oder so an dem Auftrag gearbeitet haben und das nicht hingekriegt haben. Aber dafür kriegen wir jetzt hier den Auftrag noch fertig und dann können wir gleich die Insel wechseln. Tut mir wirklich leid. Noch nochmal Kurito und nochmal Edmondo. Also Edmondo können wir jetzt nur noch verkaufen, weil es ist ja voll. Das wird aber jetzt nicht reichen. Ich muss noch einmal Kurito... Ja. Versuch was nochmal. Wie gesagt, wenn der Auftrag da unten erfüllt ist, wechseln wir die Insel. Jetzt kriegen wir hier schon bald 40 Millionen Geld. Unglaublich. Das heißt, wir sind gut besucht wenigstens. Das sieht man gar nicht so wirklich. Sichtbare Dilosaurier Null. Vom Hotel aus. Naja. Wenn sie meinen. Na, wenn sie meinen. Fühlst du dich jetzt eigentlich wohl? Ja. Okay. Da fühlst du dich wohl. Wann war es krass dann noch? Also vielleicht ein, zwei Bäume mehr ist gleich gar nicht verkehrt. Haben wir ruhig noch ein paar Bäume dahin. So. Na. Okay. Der T-Rex ist auch froh und ihr fühlt euch auch alle wohl. Können wir da noch ein kleines Gebäude hinhauen für die Gäste? Was klein ist. Fast Food Restaurant, Kleiderladen, Bowlingbahn nochmal eine zweite vielleicht. Da haben wir eigentlich gerade eine, ne? Spielhalle. Äh. Achso, ich darf nichts erforschen, ne? Aktuell. Schade. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist dieses, ja. Hat sich schon erledigt. Äh. Ja, dann hau ich da nochmal eine Bowlingbahn hin. Komm, was soll's. Ach, die ist zu groß. Krieg ich die woanders denn noch hin? Hier irgendwo? Da, ne? Passt da noch eine Bowlingbahn hin? Joa, sicher. Da passt noch eine Bowlingbahn hin. Na komm. Hat doch gerade gepasst. Machen wir da noch einen Weg hin. Und daneben noch was zu fressen oder so. Guck mal, Fast Food Restaurant. Wo ist denn das? Da. Aber das könnte vielleicht auch noch hier hin passen. Warte mal. Na, passt das da hin? Äh. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, dann hat hier auch was anderes. Ähm. Kleiderladen. Na, der ist ein bisschen größer. Das müsste doch eigentlich passen. Oder? Ja, siehst du, passt auch. So. Weg noch da ranhauen. So. Ich mache jetzt eigentlich auch nur zum Zeitvertreib, weil wir das Gen halt vollkriegen wollen, ne? Bin ich noch am... Ah, Fossilien sind da. Vielleicht reicht's jetzt ja auch. Äh. Nein, Edmonton können nur verkaufen. Ach, scheiße. Hat wieder nicht gereicht. Ich muss doch noch ein bisschen Kurito kriegen. Erschöpft. Da ist noch Kurito mit drin. Komm. Ich will ihn jetzt eben... Das kann ja nicht wahr sein. Eigentlich möchte ich jetzt in diesem Part das doch beenden. Und was ist jetzt? Niedrige Gesundheit. Wo, 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 wo? Oh, wo hat er denn? Was hat er denn? Wasser. Hier ist doch Wasser. Warte mal, mein Freund. Ja, Moment, du kriegst Wasser. Alles gut. Gut. Da. Äh, ich kann nicht bauen. Da. Da ist Wasser. Nur kann freigelassen werden. Hier? Ach so, da. Okay, und der anderen auch noch gleich. So. Weiß nicht, da ist doch Wasser neben dir. Es geht jetzt nur um Wasser, ne? Ja. Rechts, guck mal. Dreh dich doch mal nach rechts, lieber Dino. Da ist ein großer See. Da kannst du trinken. Hallo, rechts. Junge. Also irgendwie... Ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht zum Wasser gehst. Toter Dinosaurier. Ach, bist du jetzt tot? Wahrscheinlich war der einfach zu lange betäubt. Oder ist das nicht der Dinosaurier? Wo ist denn der tote Dinosaurier? Da. Ja, gut. Ja, dann... Ich glaube, ist das Ranger-Aufgabe? Ich glaube, ja. Ne. Dann ist das doch ACU. Ja, dann machst du das so. Es ist gerade ein bisschen schade, dass der sich hier nicht wohlfühlt. Aber er braucht ja nur trinken. Zu den Fossilien. Sehr schön. Haben wir was gefunden? Ankylo. Ankylo. Das ist doch nicht wahr. Ich... Warum machen sie es mir jetzt so schwer, dass ich den Kurito nicht vollständig kriege? Nochmal. Oh Mann. Das ist doch nicht mehr viel, was da fehlt. Sechs Prozent. Kleiderladen, mal kurz gucken. Äh, das war sch... Ja, hier wollte ich gar nicht hin. Transport im Gange. Das ist gut. Ich folge da hin. Und gucken, äh... Es ist komplett ausgelastet. Machen wir lieber so, ne? Und die Bowlingbahn ist bestimmt auch komplett ausgelastet, wie ich sie kenne. Ja. So. Eieiei. Die ist echt sehr beliebt, die Bowlingbahn. Kann man nicht anders sagen. Ja, was ist mit dir? Rettest du dich jetzt nochmal? Trinkst du jetzt mal was? Oder wie ist es? Ups. Ich habe einen neuen Auftrag, der der Unterhaltungsabteilung wirklich helfen würde. Für eine Person mit ihren Fähigkeiten sollte er kein Problem darstellen. Ja, das mache ich mal eben schnell. Fossilienzentrum kann ich aber eben schnell machen und ein Upgrade da reinpacken. Das kriege ich wohl hin. Forschungszentrum, ACU-Zentrum, Ranger, Entwicklung, Kraftwerk. Expeditionszentrum, wo ist das Fossilienzentrum? Das letzte, was ich anwählen, natürlich. Ja, komm. Irgendeins ist egal, ne? So, zufrieden? Ach, Inventarplatz-Upgrade. Ich habe mir auch das Falsche genommen. So. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Oh, Rufbelohnung, Spielhalle, Besucherzentren. Aha. Habe ich die jetzt erst neu bekommen, die Spielhalle? Geil. Mal gucken, wo wir eben. Da, unten ist sie. Spielhalle. Bauen wir mal, ne? Die Frage, wo wir noch Platz haben hier am Anfang vielleicht. Ne, da ist kein Platz mehr. Shit, jetzt habe ich doch hier alles vollgebaut. Und da ist ja auch das Tor, was eigentlich freigehalten werden sollte. Eigentlich wäre hier noch Platz, ne? Na? Vielleicht kriegt er ja den... Hm. Das könnte fast passen. Scheiße. Hier? Gehst du irgendwie noch hin? Hier noch? Ärgerlich jetzt gerade. Ist schon doof, da hinten, ne? Da vielleicht? Oh, das passt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Dann wäre es eigentlich so rum fast sinnvoller. Darf ich aber nicht. Echt nicht? Doch. Komm. Komm. So. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich weiß, dass die es nicht besonders schön aus hier. Aber dann haben sie noch eine Spielhalle. Können sie dann bauen. So. Bist du jetzt zufrieden hier, Junge? Ich weiß ja nicht, welcher das jetzt war, der ja unzufrieden war, aber... Der ist immer noch nicht wirklich ge... Kann man ihn behandeln vielleicht? Warte mal. Das ist ja überhaupt die Frage, ne? Kann ich den behandeln? Warte mal. Äh... Nein, nicht ACU. Nicht ACU. Ranger? Ranger? Femkt auf die Liste. Vielen Dank.